Hallo, Willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind in der Pyrton, die wir jetzt mal unterwegs sind, auf dem Weg nach Lutensdarm, derweil dort scheinbar die Sirius Corporation ansässig ist und bei denen müssen wir endlich mal Einreisegenehmigung für Sirius erhalten, also fleißig für die Aufträge machen, damit wir dort Ingenieur besuchen können, weil wir jetzt mal gucken, was der noch Verantwortung hat. Deshalb würde ich mal sagen, gucke mir, dass mir bei den Jungs mal befreundet wäre, mit den Jungs mal befreundet wäre. Hoffe ich doch mal, dass das dann reicht, der Rang, um hier ein paar, ja, um die Einreiseerlaubnis für Sirius zu kriegen. Ashby City, eigentlich hätte ich ja jetzt gerne brauche, ich war doch bestimmt schon mal hier. So, ähm, könnte man gerade mal, ne, ich glaube, da wollte ich gar nicht hin. Haha, ich wollte da nicht hin, ich wollte, da wollte ich auch nicht hin, unglaublich, ich wollte hier hin. Siehe, auch das ist immer schon freundlich. Hm, das ist doch toll. Haben wir gar nicht so viel zu tun. Dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen, wie lange man braucht. Jo, eigentlich bin ich direkt in der Lettfolge fast schon aufgebrochen, also es ist nicht zeitlich direkt, sondern ich habe nichts mehr anderes mit drin gemacht, dann nur auf die Python gewechselt, bin schon mal ins System gesprungen. Das war eigentlich alles. Jo, wenn wir bei der Freundin sind, soll das bedeuten, dass wir auch schon ein paar einigermaßen gute Missionen kriegen. Hm, ich verleg' gerade, ob ich mir eventuell in die Python... ...ein Scanner, so ein Detail-Oberflächenscanner inbauen sollt. Weil, wenn man da mal an so einem Ringplanet vorbeikomme, könnte man dort direkt mal scannen und gucken, was für Hotspots da sind. Das ist ja, denke ich mal, recht hilfreich. Weil ich will, ich weiß noch, ob ich das aufnehme, irgendwann dieses Wochenende mit dem T7 einfach ein bisschen... ...Rohstoffabbau gehen, so ganz gechillt. Ich hätte noch einen Podcast, wo ich nebenbei hören muss. Ja, und wie gesagt, müssen wir ja auch noch diverse Tonnen Abbau, um Zugang zu mit Ingenieur-Sekränen. Und, ähm, ja. Ich will halt nicht nur Abbaumissionen machen. Nicht, dass die groß anrascht da wäre, aber... ...so... ...wanns mal Auto-Falle. Welches System war das hier? Ups, das sind wir schon. Achso, ich habe hier Doppel-Nimputer drin. Auch gut. So, jetzt hat der Kerl bisher einfacher. Ja, eigentlich hätte ich mir erst das gewünscht, dass er das so aus dem Fluss raus macht, aber... ...na gut. Nichts mal seine Masse ward. Oder auch nicht. Ist hier was zum Scannen? Ne. Schmerz-Nimputer-Station. Weil ab und zu ist ganz sinnvoll, wenn man einfach mal das Schiff näher beiskennt. Vielleicht fahre ein paar Stunden da ab. Und ich muss jetzt, ähm, dringend... Jetzt, also jetzt nicht. Irgendwann dringend auch noch mal einfach ein paar Überraum-Sug-Wolge-Scanner. Wir brauchen nämlich noch Material. Aber eins nach dem anderen. Jetzt sind sie erstmal hier auf SPCity. So. Dann gucken wir mal. Unabhängig. Sirius Corporation. Das ist mal doch richtig. Was dann hier dann Schönes für uns? Gelegenheit zum Erwerb einer Einreiseerlaubnis. Wir müssen verbündelt sind. Na dann. Gucken wir mal mal. Haben wir irgendwo... Ne, Piraten will ich es nicht unbedingt. Ist eigentlich egal. Das so schallt. So will ich jetzt eigentlich auch nicht machen. Das könnte man machen. Wirtschaftsbom-Lieferung. Gehärtete Legionen. Ja. Wieso nicht? Wie bald ist denn das weg? Oh Gott, das geht noch. Cartier City. Wolf, Wolf, Wolf irgendwas. Da waren wir auch schon auf Cartier City. Oder zumindest in dem System. Ne, Lehmann. Doch. Ah ja. Ja. Wieso eigentlich nicht? Dann nehmen wir die doch mal direkt an. Schnappen wir uns das Zeug mal. Epsilon Eriandi. Das könnten wir eventuell noch mitnehmen. Elektrokeramiken. Konrad Holdings. Ja, wieso eigentlich nicht? Gehen. 89, 32. Konrad Holdings. Ja, okay. Machen wir auch noch. Können wir eventuell noch annehmen. Wäre vielleicht nicht schlecht. So, dann haben wir doch schon mal zwei Aufträge. Autostart wollte ich es eigentlich nicht machen, aber du könntest mal direkt in greifen. Ist hier irgendwas zum Scanner? Oh ja. Und der Elliot. Ei, 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 hier ist sie. Ey, flieh mir nicht an die Station ran. Der Luger Liner. Uiuiuiuiuiuiui. Ey, guck mal is das mal an. Wie ist das so? Was los? es ist wohl eine wir zwar gar nicht was er machen soll sich treibt die war ein schland hier wie ihr hier ja 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 moment der für Ska am start der zusammen landen die Blut keeps issues gesendet du bist auch noch in hau was riesen trümmer wow du bist hier richtig was los können wir schon was es dort gibt hallo Warten in Schlange, dann kann ich das Ding nicht abbrechen. Wie kann ich das abbrechen? Was machen die? Beluga-Liner. Jetzt können wir eventuell... Beautiful Corner Tours. Eieieieiei, die haben wir alle gut, die fliehen im Konvoi. Jetzt haben wir den Weg hier. Eieieiei, da war ganz schön was los in der Station. Anon hat oft erlebt sowas. Ach Mist, ich wollte doch mal Autofall, ob es hier auch Bergbaumissionen gibt. Na ja. Einfach mal drauf achten. Das kann man dann bestimmt mal machen. Das ist eventuell ganz cool, wenn man einfach nur chillig abbauen will. Und gerade nur im System ist, wo es jetzt Snack hat, peinet oder irgendwie was total Wertvolles gibt. Dass man halt so eine Mission hat, auch mal so ein Zeug abbaut, wo es halt von der Mission her Geld gibt. Kann man ja auch mal machen. Moment. Und da Richtung... Ups. So, KT-City. Schön aufgereiht. Und da kann man nichts sagen. Ah ja. Stimmt, das System war das. Dann schlecht erdendige Welt. Metalle. Mh, ja. Wohin? Einmal bis die Geschwindigkeit aufgenommen hat. Und sollte es auch relativ zügig gehen. Imperial Eagle. Eine Volcher. Eine Hauler. Können wir die noch schnell gescannt? Ja. Schade. Hat nichts gehabt. Ich war eh gerade, war mal hier schon mal, wo ich aufgenommen wurde. Weil das kommt, KT-City kommt mal sehr bekannt vor. Ich glaube schon. So, was haben wir dann hier? Eine Eagle. Devin, sie blastert. Sucht. Nur Geschwader. Mit Klau. Die kommen wir uns in G. Und das hier ins Abfange. Ist es eigentlich auch möglich, dass immer vom Pirat abgefangen wird, der im Geschwader mitfliehen, dass da nur noch sein Kollege kommt? Mich muss gerade so interessieren, ob das möglich ist. Also theoretisch ja, aber ob die KI das macht? Hm. Ja. Ich finde, ich geht regulierer. Mach sonst schon irgendwas scannbares hier. Oder eine Orca. Bestimmt nicht, wo wir mal gerade scannen können. Also, los und mach's. Doppelstern-System. Ne, Doppelplanete-System. Ja. Ja. Da war mal definitiv das Lutsch. Oder ich zumindest. Kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. Unwahrscheinlich ist es jetzt nicht. Ich meine, das ist in der Nähe von Bannards Stern. Das ist nicht. Also, ich weiß so, so. Und so treiben wir uns hier öfter schrum. Und da mal schon freundlich bei der Sirius Corporation sind. Hm. Okay. ach so genau dogen request wir eventuell so ein sauer jetzt ist es nicht aber das müsste es eigentlich relativ ruhig gehen oder ja okay gut ich meine hallo warten in schlange mit der ernst oder ich hab's nicht schon lange nicht doch so was so muss man hin oder wo muss er hin 26 wo ist denn das so station und wird schwer gebaut küm sara ist er wieder gut dann was gab es hier irgendwas gab es hier ein material können wir eventuell mal gucken ich kann ich gerade mal 30 und dann kann ich ja eventuell das Geld nehmen so ähm warte mal erst die fans flieht ne die jungs sind hier nicht dann würde ich sagen machen wir uns direkt vom akkarte wollte ich eigentlich gar nicht hin ich wollte hierhin und ist es das hier ich glaube das war es irgend so ja ja das ist so das Symbol hier genau Konrad Holdings hallo kann ich nur mein ziel auswählen genau 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 hallo Fimo nach vorne hei 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 er hat mich doch schruggen hallo ich weiß nicht und da muss ich schnell dorthin dorthin ich hätte die schicht von die 3d die treibwerke die triebwerke von der püte und bis zu 5 das ist bestimmt auch nicht schlecht war das mal angehen es kennt uns noch jemand kanjo ich mache so überlebens ausrüstung ich das gewusst hätte mir diese erst gemacht weil das hört sich wichtiger an haben wir hier schon mal gar mehr ungemo durch das ist ja ich war schon ich konnte das system angucken 420 gucken wir mal schnell dieser hier hat paar ringe was hat denn der da vereist ok noch nicht erfasst wort hier sind stationen und ich habe die planeten nicht erfasst das ist aber das ist aber seltsam naja gut bei einer firma jetzt erfassen wir die cluster scanne mal gerade durch wie nur das letztes wurde ich noch mal die scan date verkauft die sich seit der expedition angeholfen dann und das war tatsächlich schon das war über millionen an über millionen credits allen an den komischen hunk da hatte oder ja wenn ich mal zufällig planet mit gescannt haben also da läppelt sich einiges zusammen wenn man mal bis hier rum kommt ohne irgendwas große mara das ist eigentlich nicht schlecht so wäre natürlich cool wenn die serious corporation auch hier standort hat konrad holdings dann könnte man klar den exhibitionen annehmen diese ganz schönes stück vom planet weg die station der planet husch gerade vorbeigeuscht ja okay gut hat er vor die länder werden wir nicht so abgebremst wobei irgendwas bremsen soll doch schon ganz gut wird doch nicht der böse planet sind naja sagen finde ich hier riese anaconda kommt und uns hier groß abfangen will so yz kann jetzt mein norris systems okay sieht jetzt nicht so aus als ob hier wäre heute leider nicht leider nicht dann sind wir wohl zurück aber weiß ich mich jetzt vor das habe ich mich irgendwie wenn ich jetzt ich habe die mission von der series corporation angenommen und ich gebe die hier ab aber die series corporation ist hier nicht kriege ich dann trotzdem ruf bei der das weiß ich jetzt gar nicht war hier ich hätte eigentlich ist doch so ich könnte ruf wo ich die mission abgabe sprich in diesem falle bei doros 128 grub so elektro keramiken so guck mal kurz da haben wir genug die haben aber bei denne krit das ist aber nicht gut das war so nicht geplant und da fällt dann auch ein bisschen von dem move wieder auf der hälfte bei die andere ab mir fliegt nochmal nach luiten star beziehungsweise das mache ich dann nur jetzt machen wir machen wir direkt im anschluss noch eine neue folge mir hebe schon ab das machen wir ganz seamless weil das ist es nicht schon was wir machen aber der ruf bei dem denn die acht beruf bei dem ingenieur quatsch beruf bei der fraktion müssen wir haben will ich haben die gut dann würde ich fast sagen mache hier kleiner cut und beim nächsten wo geht es weiter hoffentlich mit bisschen rufsteigerung bei der fraktion und bis dahin dann bei bei bei